Nicht Verzeihung, Zeigefragen und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nichts bei mir, aber bei den anderen süßen Schlittchen. Hallo. Kurios. Kurios. Eiskalt. So, und ich behaupte, es ist sowieso egal, was ich wähle, weil es sowieso nicht drankommt. Ich hab mein Glück, mein Glück in der letzten Folge, in der letzten Folge hab ich mein Glück komplett herausgefordert. Und ich versuche weiter mal alle Tipps zu wählen, die wir noch nicht hatten. Und natürlich kommt die Map, die wir am zweiteufigsten hatten. Hey, die hatten wir nur einmal, also ich. Die hatten wir insgesamt schon jetzt das vierte Mal. Nur Baby Park kann mithalten. Baby Park, wäscht die Strecke. Nicht mal? Ja, ich weiß leider nicht, welche Map ihr schon hattet und welche nicht. Ist okay, ist okay. Alles gut. Ich kann mit dieser Map sehr gut leben, das ist eine schöne Map. Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne. Ich nehme jetzt mal die Abkürzung geradeaus. Das ist actually ganz schön scheiße. Ja. Oh, ganz schön knapp, ey. Fertig. Och nö, nicht hier im Überblick. Ui. Dass ich da halt echt keinen Abkürzung habe von dir gerade Neo. Ja, scheiße. Äh, das war gar nicht Neo, das war eine Zahl. Nein! Oh, wie knapp war das denn? Wow. Ich bin im Wasser. Ja, geh, geh. Mann, warum trifft er mich die Scheiße wieder noch? Ich bin dafür der Feuer, Neo. Der kick erst mal ein paar Feuerneos ab. Ich bin der falsche Neo! Ich hab einfach nur straight nach hinten geschossen, du bist. Ja, Neo, sag mal vor dir! Neo, du. Ey. Das gibst du sowas von zurück. Jetzt hab ich's auf dich abgesehen, du kleiner. Ich hab's auf den ersten Platz abgesehen, Mann. Das gönne ich dir nicht. Da hätte ich's erstmal überhaupt auf irgendeinem Platz abgesehen. Du gearscht hast. Ey, ist das dein Ernst? Du wartest da? Ich bin wohl abgeschossen! Ey, das kann jetzt nicht sein, oder? Komm schon! Ich hab meine gesamte Wut jetzt zusammengefasst, um jetzt Erster zu werden. Noch bist du nicht Erster? Nein, da hast du mehrere von. Komm schon? Du bist ein Arschloch! Ja! Ja! Okay, der Display ist kaputt. Geil! Edson? Was? Du hast doch nicht sein Display geschrottet. Doch! Schick ein Bild bei WhatsApp. Also, Mann, das ist doch scheiße! Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Egal, schick mir ein Bild von WhatsApp. Bei WhatsApp. Ey, was hast du denn gemacht? Ich hab das Mikro grad dagegen gehauen. Ja! Schick mir ein Bild. Kann man das sehen? Das kann man nicht sehen. Das ist auch nur so ein ganz kleiner Riss oder so. Ach, es geht voll. Oh Gott, Neo! Hauptsache, du bist hier Erster geworden. Also, jetzt kann ich mit dem dritten Platz leben. Ja, es geht aber voll. Ich stell die... Habe ich noch mal ein gutes Eil? Alter, wie geil das aussah aus meiner Sicht. Das war einfach richtig lustig. Also, ich merk das grad fast gar nicht zum Glück. Ist alles noch gut gegangen. Also, hätte auch schief gehen können, wenn der noch hinten rüber gefallen wäre. Mann, du hast ja nicht mit dir gearbeitet und hast dir auf den geschossen nochmal. Wär er Vierter geworden und nicht Zweiter. Also, wenn der... Ja, was soll ich... Hätte ich gar nicht geschafft, weil du so nah an ihm dran warst. Oh, das sieht aber scheiße aus jetzt. Ja, egal. Hätte ich mich trotzdem nicht abschießen brauchen, Mann. Ach, Mann. Finde ich echt blöd. In welchem... Dein... Dein... Dein Switch-Display oder in deinem Monitor? Mein Monitor. Ach, du Scheiße. Ach so. Ich dachte... Ich dachte... Ich dachte auch, du hättest deine Switch auf den Tisch gehauen und fährst deswegen halt komplett weg. Ich muss die Bildschirm jetzt tauschen. Also, ich habe ja zum Glück zweimal die gleichen und kann den jetzt einfach umtauschen, dass der rechts steht, den ich dann halt nicht so oft benutze, aber... Ach so, okay. Ist trotzdem ärgerlich. Wenn es so eine kleine Macke ist, geht es ja noch, ne? Aber das ist schon... Butter, was machst du da? Warum fliegt denn dieser scheiß Mikrofon auch so weit? Ich verstehe nicht, wie du das geschafft hast. Mein Mikrofon könnte nie in mein Bildschirm prallen. Hier hast du bitte schon ein Mikrofon. Ist das direkt vorm Bildschirm oder was? Nein, aber das schwebt halt so. Also, was heißt schwebt? Bei mir auch, aber das würde nur... Ach so, so überm Bildschirm, oder was? Das würde bei mir nur in so'n Ranzbildschirm reinknallen. Wooh! Als ob dieser Move... Das sah mega edel aus. Und das kotzt mich jetzt gerade voll an, ey. Ja, man. Habe ich dadurch einen Boost gekriegt, ey? Nee, das sah aber einfach geil aus, weil ich halt gerade... Ich glaube, ich muss zu Karglas jetzt. Ich hab auch ganz knapp... Ey, wer klaut denn hier meine Items? Ein frechter... Da gibt's nicht kein Item. Oh, locker krieg ich jetzt nen Roter. Nein, ich fahr natürlich wegen dieses Ding, ey. Mit meiner awesome Münze hab ich hier... So, da bin ich wieder. Pepe Manu, warst du? Ja, mein Vater kam gerade rein, da muss ich gerade kurz ein Gespräch führen. Scheiße, Mann, das kotzt mich richtig an. Hey, wir sind wie viel Dritter. Wer sind denn hier? Neo! Ist auch so schön mittig oder so. Hätt das nicht wenigstens am Rand sein können? Änder Ruhe in die Kraft, mein Freund. Ja, ich halt gleich wieder komplett meine Fresse, ey. Es ist ein Messer eben. Vielleicht kann er das ja regeln. Vielleicht kann er das ja regeln. Vielleicht kann er das ja regeln, ja. Arzt, ob du noch ne Rote hast! Hauf mit dem Scheiß! Arzt, ob noch eine! Tschüss, Josh! Wie schon wieder letzter ist. Ist doch klar, dafür schrotte ich auch noch mein Bildschirm. Nein! Nein! Jetzt! Für so ne Scheiße dann auch noch. Nein! Ich geh in die Bahn! Nein! Jetzt ist Neo erster! Ich bin vierter geworden! Immerhin! Dafür hast du gelitten, Bildschirm! Alter, Neo führt! Das war's wert! Das war's wert! Aber das war das nicht wert, Mann! Neo, mach nen Screenshot! Mach nen Screenshot! Das geht nicht! Ich will's wählen! Das muss auf jeden Fall in die Aufnahme rein! Ich seh's doch kommen, Alter! Das muss bei allen eingeblendet werden wie der Bildschirm aus. Ich kann's euch danach schicken, Mann! Das ist doch scheiße! Schick uns das, was wir dich auf je... Scheiße, ich schneid's nicht rein! Aber das muss gleich twittern! Mario Kart mit vollem Einsatz oder sowas! Bitte! Das kotzt mich an, ey! Das kotzt mich an! Das lockt die Zuschauer dann an! Aber ist das wenigstens der Komplett-Schrotte-Bildschirm? Nein, das ist nicht mal der, der oben schon ne Macke hatte! Hättest nicht wenigstens der sein können! Das sind beide Schrotte, ey! Oh, Malu! Malu, hör auf mit Excitebike! Das ist doch Bullshit! Du bist Bullshit! Und Neo nimmt auch immer dieselben Strecken, ey! Das war nicht der einzige Kann, Mann! Ich muss ja auch mal gewinnen! Ja, jetzt will er auch Komplett-Erster werden, ey! Wenn ich jetzt wenigstens diese Runde komplett gewinne, dann hat der Bildschirm wenigstens nicht umsonst gelitten! Vollkommen in deinem Bildschirm! Aber ich mein, redest du mehr als in der letzten Folge! Ja, da war ich auch immer nur noch richtig pisst! Jetzt bin ich eigentlich nur noch pisst, dass der Bildschirm Schrott ist! Nein! Oh, Mann! Ich bin dir untergefallen, weil ich gegen dich gefallen bin! Hallo, Leute! Ich bin auch untergefallen! Und Neo führt einfach mit 10.000 Meilen! Ich hab dir gerade einen von deinen Pilzen, glaub ich, gesnackt! Ach so? Ich hab noch alle drei! Also, ich hatte drei eingesetzt! Alles okay! Okay, irgendwie hatte ich gerade auf einmal einen Boost bekommen! So, das ist, äh, geil! Oh nein, ich hätte sie nicht nach vorne schießen! Ach, komm schon! Fickt euch! Darum kann die Scheißpflanzen nicht auch nach hinten fressen! Ey, nicht noch eine Rote! Oh, warte! Nein, warte! Komm her! Du hast so ein Glück, Alter! Ja! Der Neo ist vorne einfach mal easy peasy 10.000 Meilen weg! Ach, komm schon! Kann nicht angehen gerade! Nein! Warum denn auf mich? Neo ist vorne! Ja, ich wollte die Doppel-Items haben! Alter, ob er die Grüne nach hinten schickt! Schon wieder! Boah, was ist das denn hier im Yoshi-Tal? Boah, Zeiger, verfrisst du jetzt! Du bist noch eine! Och, nö! An Neo schicken! Und... Du meinst! Mann! Klar, natürlich triffst du mich trotzdem noch mal! Ja, genau! Ey, das kann doch nicht sein! Was ist das für ein Bug? Was ist das für ein Bug? Was tut der da vorne? Oh, Mann! Wow! Erstmal Rakete! Erstmal wieder aufholen! Nein! Nein! Genau in der Kurve als ob! So, Bildschirm! Bereite dich schon mal auf den größten Rage wieder vor! Danke! Nein! Ich setze den Pilz zu früh ein! Damit schaffe ich das auch noch! Komm! Ich werde letzter! Ey, warum wird der denn erst so? Das gönne ich ihm nicht! Ja, warte mal! Ich glaube, Neo hat schon gesamt gewonnen! GG Neo! Ich hab gewonnen! Du hast jetzt schon gewonnen! Warte, wer ist der dritte? Ja, er hat trotzdem schon gewonnen! Er hat 5 Punkte Vorsprung! Wir können maximal 5 in einem Rennen holen! Und letzter holt einen Punkt! Na ja! Och, nö! Dann würde ich sagen! Als krönender Abschluss! Nein! Ey, fuck! Wenn schon, denn schon! Er nimmt Käseland! Ich wette, er nimmt Käseland! Boah, dann nehme ich auch Big Blue! Mann, ihr seid doch so scheiße! Ja! Oh Mann, jetzt kriegt er seine Siegesfahrt auf Baby Park! Kriegt er die Augen auf, ey! Ja! Oh mein Gott! Ich weiß grad nicht, ob ihr mich freut seid oder ob ich pisste, als soll, dass der Bildschirmschrott ist! Also diese Folge wird auf jeden Fall in die Geschichte eingehen! Ja! Weil ist das in dieser oder in der letzten Folge passiert? Das ist diese Folge passiert, ey! Diese Folge? Und dann bin ich ja trotzdem der Erster? Ja! Hä, warum war der nochmal so mal? Ich war nur Zweiter und dann hab ich mich aufgeregt! Er war nur Zweiter! Weißt du? Kaum ist er mal vorne, ne? Ist der richtig arrogant, ey! Richtig abgehoben, ey! Richtig abgehoben, ey! Boah, der ist richtig unsympathisch geworden! Lass ihn mal rausschmeißen! Oh, ne, du bist du mir so Erster! Lass mich, lass mich jetzt noch Erster werden! Na, komm, ne Rote! Boah, ich... Ja, moin! Ich werd noch letzter, glaub ich, hier in den Cup, ey! Boah, ne, ich mag Lakito nicht sehen! Das Bullshit! Mann, Pflanze, mach was! Wie weit ich hinter bin, was ist das denn? Dann gebt ihr mir einen Pilz, der scheiß Geist! Mann, er kriegt... Ja, wenn wir auch weiter vorne sind als du, dann können wir auch nicht viel besseres haben als du, ne? Also... Komm, Riosch! Als ob, wie das hier gerade abgeht! Jetzt bin ich wieder Letzter, ey! Das ist doch so klar! Das ist doch typisch meine Welt schon wieder! Ja, easy Erster! Boah, Zweiter geworden, ey! Richtig gut! Puh! Jetzt bin ich wieder klassisch auf Letzter! Als ob! Schon wieder! Zweiter! Juhu! Zweiter geworden! Mann, Bildschirm, es tut mir leid! Was ist denn heute los? Ich kann euch leider gar kein Bild schicken! Aber das kommt noch mal später! An der Stelle! Danke ich einfach schon mal! Auch in Zagesna! Wenn ihr eigentlich die App-Mod jetzt machen soll! Ich möchte die App-Mod jetzt machen! Mach, dann mach Junge! Mach was! Du was für den Geld! Nicht verzeihen! Zagefragen! Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend! Morgen, Mittag, was auch immer! Schaut bei den Jungs vorbei, obwohl ihr das schon macht! Abonniert der Zarge! Und ja! Bis zum nächsten Mal Leute! Ciao Ciao! Cheerio! Tschüss! Ich hab die Krone auf! Das erste Mal! Legal! Das ist ein Bug! Das ist ein Bug! Das erste Mal! Legal!